Setzen Sie ein Präteritum. Er, sie, gab, nahm oder sah. Er spielte Tennis. Er sprach mit Sarah. Sie lief zur U-Bahn. Wir fuhren nach Hause. Sie ging ins Kino. Das Handy lag auf dem Tisch. Sie brauchte das Geld. Er fing an zu arbeiten. Er betrachtete die Leute. Er sah schlecht aus. Wir hörten Musik. Er erkannte sie nicht. Worüber beklagte er sich? Sie sahen zusammen fern. Sie blieb zu Hause. Sie las die Zeitung. Sie las die Zeitung. Wer waren diese Leute? Sie goss die Blumen. Er aß im Restaurant. Er wachte um 10 Uhr auf. Sie lebte lange in den USA. Sie feierte bis spät in die Nacht. Sie hatte kein Netz. Woher nahm er das Geld? Alle sangen laut. Er schrieb eine E-Mail. Er schrieb eine E-Mail. Vielen Dank.